Hallo und willkommen zu einem Champions League Stickertütchen Unboxing auf meinem Kanal. Ich habe mir gedacht, komm, heute öffne ich nochmal ganz locker easy, schöne 5 Stickertütchen der Champions League Tops Stickerserie. 18, 19 die aktuellste Serie. Es gibt verschiedene Stickerdesigns, 2 Stück habe ich jetzt hier. Einmal mit James, mit Belhanda, mit Marc-Ut, mit Dzeko, mit Sané, mit Edinson Cavani. Und auf dem anderen Päckchen sind Varane, Naingulan, Reus, Mané, ich glaube Pereira, nee, Brahimi und Alexis Sanchez. Das sind die zwei Designs. Ich weiß gar nicht, ob es noch mehr Designs gibt oder verschiedene Stickertütchen-Designs. Auf jeden Fall habe ich 5 Stickertütchen am Start und mal gucken, ob wir den einen oder anderen geilen Champions League Spieler bekommen. Vielleicht kriegen wir ja Ronaldo als Glitzer-Sticker oder Messi oder, 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 oder. Aber ich habe mir gedacht, komm, von dieser Sticker-Serie gab es noch nicht so viele Unboxings. Und deswegen gibt es heute ein schönes 5er-Pack-Unboxing. Also schön 5 Stickertütchen, die ich hier auspacken werde. Und bevor ich so lange rumschnacke, starte ich mit dem ersten Tütchen. Let's go. Let's go. Und wir starten mit Inter-Mailans-Borja-Valejo. Dann haben wir Danny Rose, Vincenzo Grifo. Ja, Hoffenheim, Leute, ist dabei. Natürlich richtig nice. In den letzten Sticker-Serien war es ja so, dass nicht alle Champions League-Clubs in den Sticker-Serien dabei sind. Aber ich glaube, in dieser Sticker-Serie fehlen wieder ein paar Vereine. Glaube ich. Ich habe jetzt nicht durchgezählt, ob es wirklich so viele sind. Auf jeden Fall hier noch Glitzer-Sticker. Die Logos sind auch wieder so glitzernd gestaltet. Victoria Pilsen. Und dann noch Santi Mina von Valencia. Okay. Wenn wir mal so eine kleine Rangliste hier im Unboxing machen, lohnt sich jetzt eigentlich gar keiner, den hier rauszulegen. Ich sage mal, Danny Rose wäre jetzt der Beste aus dem ersten Pack. Aber das werden wir definitiv für heute noch toppen in den 5 Päckchen, die wir hier vor uns haben. Ben John Stones. Chandan Shaqiri toppt das Ganze meiner Meinung nach schon. Marcelo. Ajax Amsterdam-Logo. Und dann haben wir noch Karim Benzema von Real Madrid. Den lasse ich ihm auch hier so liegen. Zack, zack. Schön immer ein Köpfchen oben liegen lassen. Ein Porträtspieler. Drittes Päckchen. Drittes Päckchen. Ich wollte fast sagen, letztes Päckchen. Aber es ist ja noch nicht das letzte Päckchen. Und wir ziehen, jawollski, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski hier im Päckchen. Sehr, sehr nice als großer Spieler-Sticker. Hier ist er, Robert Lewandowski. Was die Zahlen bedeuten, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde mal vorschlagen, 25 Spiele, 11 Tore, 5 Torvorlagen. Kann das sein? Schreibt mir unten in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Also 25 Spiele, 11 Tore, 5 Torvorlagen. Obwohl, nee, das... Oder? 5 Tore mit dem Kopf, 11 Tore mit dem linken Fuß und 25 Tore mit dem rechten Fuß. Oh, das ist zu viel. Ach, keine Ahnung, Leute. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und dann haben wir noch Antoine Griezmann. Oh ja, zwei bekannte Torjubel hier in diesem Päck gehabt. Also einmal Lewandowski's Torjubel und auch einmal Antoine Griezmann's Torjubel. Sehr, sehr geil. Lassen wir mal hier liegen. Viertes Päckchen. Also, ihr könnt es gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich denke mal, die Erklärung steht dazu. Zu diesen Stickern steht im Album. Aber da ich das Album jetzt hier nicht griffbereit habe, kann ich leider jetzt nicht nachgucken. Olson von der Ase Roma. Vanyama. Dann haben wir Kremenzig von Pilsen. Dann haben wir Hector Herrera von Porto. Und Randojic vom Roten Stern Belgrad. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das nicht Hector Herrera, der irgendwie eine Schönheitsoperation gemacht hatte und der jetzt irgendwie dadurch besser atmen kann und auch dadurch besser Fußball spielen kann, da er nicht mehr solche Atemprobleme hat. Kann das sein? Ich habe das irgendwo mal gelesen. Und ich glaube, das war diese Hector Herrera, oder? Bin ich jetzt neben der Spur, oder war es der? Dazu könnt ihr auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob das stimmt, was ich hier gerade erzählt habe. So, nächstes Päckchen, letztes Päckchen. Lasse Schöne von Ajax Amsterdam. Jardell von Benfica. Nico Schulz hier am Ende nochmal. Trikots gibt es auch. Manchester United. Und dann noch ein Daniel Was von Valencia. Also Leute, wir beenden das Unboxing hier nochmal mit einem deutschen Nationalspieler sogar. Nico Schulz ist jetzt seit neuestem auch in der deutschen Nationalmannschaft mit am Start. Bester Spieler definitiv. Lewandowski und Antoine Griezmann-Neuer. Das war es hier nochmal mit einem schönen, klassischen Unboxing der Sherman-Siegs-Liga. Die werden sich gefahren lassen. Lassen Sie mich, lassen Sie ein Abo da. Ich bin raus. Auf Wiedersehen. Und Tschüssi. Musik 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 Musik